So, da sind wir wieder bei Fortnite Battle Royale, meine Damen und Herren. Ja, wenn ihr alle Wochen abgeschlossen habt, also alle 8 Wochen abgeschlossen habt, kriegt ihr einen wunderschönen Ladebildschirm, wo ihr hier diesen Tomato Temple seht. Und dort gibt es dann, statt einem geheimen Battlestar, gibt es hier ein verstecktes Banner. Dafür müsst ihr hier ganz nah dran und hier seht ihr dieses Banner schon. Das könnt ihr dann einsammeln und das ist genauso wie ein Battlestar. Ja, ich hoffe, ich konnte euch heute helfen, dieses Banner zu finden. Es ist egal, mit welchem Charakter es hingeht, ich fahre jetzt einfach mit Tomatenkopf da. Und das zählt wie ein geheimer Battlestar. Auf jeden Fall viel Spaß mit den Punkten und wir sehen uns dann nächsten Donnerstag wieder, wenn die nächsten Herausforderungen kommen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.